Ja, dann lass uns mal. Gucken wir, ob das Bild genauso verwackelt ist, wie in der Schweiz. Ich weiß aber auch nicht, wo wir herfahren. Ich hab einfach ganz viele Kurven und Ecken eingebaut. Ja, schönes Wetter heute. Erste Testfahrt. Hier strahlen blauer Himmel. Ja, hier wird es jetzt besonders schwierig. Manni wollte schon seine Säge mitbringen. Gut, der Weg geht wohl da rum. Und da geht es weiter. Und schon das nächste Hindernis vor uns. Gucken wir, ob wir hier mit einer Hand durchkommen. So, kleine Pause. Gucken, wie viel haben wir. Oh, man wiegt nichts. Oh, da kommt noch ein leicht großer Berg. Oh, das ist eine gute Idee, Manni. Ja, okay. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Ja. Ja. Ja, herrlich, herrlich heute, ne? Wie viele Kilometer haben wir insgesamt noch? Man kann es aber nicht sehen hier. Ah doch, da. Noch 31. Heißig. Hey, links da oben. Jetzt sind wir voll guter Weg. Hä? Ja, wir haben da so einen rausgelegt. Und dann sind wir weg. So, Mannis Akku ist gerade ausgefallen. Und Manni, wie geht es dir? Dann filmen wir den Manni nochmal. Gucken, ob er dicke Backen macht. So, und wie geht es dir, Manni? Ja, so wie früher. Gut. So, 45 Kilometer sind fast geschafft, ne? Ja. So, nur Endspurt jetzt.